So, ausgiebig vorgestellt haben wir ihn schon, Wachtag Moro Vanice, den 23-Jährigen. Seine bisher beste Platzierung war ein elfter Platz bei den Europameisterschaften in Bratislava vor zwei Jahren. Auch was seine Musiken angeht, meist eher der klassische Typ. Wir hören das auch dann in der Kür sicherlich bei ihm mit der kleinen Nachtmusik von Mozart nochmal sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik Tja, möglicherweise, Hendrik Wadis mit seinem bestes Kurzprogramm in den letzten Jahren von Wachdang, Modo Vanici. Ich gehe sogar mal davon aus. Das würde ich auch sagen. Auf jeden Fall haben wir den Georgier selten so spritzig, so elegant, aber auch ebenso athletisch austrainiert erlebt. Und da denke ich, steuert er stark auf seine beste Platzierung bislang zu. Elfter war er, hattest du schon erwähnt, vor zwei Jahren. Und ich denke, in die Region könnte er problemlos wiederkommen, zumindest nach diesem Kurzprogramm. Musik